Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Los geht's, Freunde! Donkey Kong! Lustig wie das Spielhallenspiel, genauso hier steht es. Unser erstes Let's Play in der Grillshow, ich meine, das muss ja wohl zünden. Donkey Kong hält die blonde Frau gefangen und muss sie retten. Da musst du dich nach oben über das Gerüst durchschlagen und dabei den schnellen, rollenden, gefährlichen Fässern und brennenden Feuerkugel ausweichen. Dein Mut wird am Ende dich belohnen werden. Du musst. Okay, legen wir mal los. Drei Karten, glaube ich, kriegt jeder, oder wie war das? Genau, drei Karten. Aufgedeckt, oder was? Da haben wir das mal hier, die Dinger. So, Knack und Back hier, jetzt wird mal ein Donkey Kong gespielt hier. Ja, ja, kommt ja. Nicht schon mal hier? Ja, ich will bescheißen hier. So, aufdecken sofort, hieß es, oder was? Ja, das weiß ich nicht genau. Da kommt Punkte sammeln, da kann man nicht entscheiden, was man nimmt. Die großen Karten zuerst, ist ja ganz klar, am meisten Punkte sammeln. Wenn man oben ist, kriegt man 500 extra Punkte, aber dann ist das Spiel zu Ende. Erstmal müssen wir hier Donkey Kong laden, mit Fässern. Na, komm mal rein hier. Hier, da kannst du mithelfen hier. Du bist doch der Affenmann. Nein! Du musst, oh, hier richtig gerade rein gelunzt werden. Sonst gibt es problematische, technische Probleme, ne? Ja, lad schon mal hier. So. Okay, wir haben jetzt zwei Würfel. Du bist wahrscheinlich der grüne Ninja hier, würde ich sagen, oder was, oder wie? Du bist ja gelbe. So, ich hab's reingekriegt. Ich hab's schon reingekriegt. So, hier auf die Mario-Station. Die beste Figur hier. Ja. Das ist schon wieder. Normalerweise heißen die alle die beste Figur. Okay. Sag mal, ich will nicht irgendwo rüberspringen, Freunde, ne? Na, da werden wir die Wahl rüberspringen oder zerstören. Zerstören bringt immer mehr Punkte. Wir wussten schon früher genau, wie es funktioniert im Spiel. So, rüberspringen bringt am wenigsten Punkte. Aber man kann den anderen Typen hinter einem dann, naja, das rollende Fass quasi ins Gesicht schießen. Okay, legen wir mal los. Der, die höchste Zahl, Würfel fängt an. Du darfst loslegen. Das fährt, äh, Würfel glück hier. Hahaha. Ja, genau wie in die Mitte. Ach ja. Vier. Ich kann nur sechsen würfeln, Freunde. Ganz klar. Oh, es sind drei. Oh nein, da geht's los. Okay. Urteilersinn. Du musst jetzt mit beiden würfeln. Das bedeutet, ich hole auf. Du hast ja drei, kannst drei Felder vorwärts gehen. Die zählen noch nichts, weil noch kein Fass ist. Ich bin ja gegangen. Der weiße, der weiße Würfel ist eigentlich dafür da, um die Fässer zu steuern. Aber es kommt gleich. Wieso gehst du denn zurück? Du musst doch auf. Darum geht es los. Ja. Du kannst auch wieder hochgehen. Zurück darfst du auch gehen, wenn du willst. Ja, dann geh ich da hin. Ja, gut. Okay, dann bin ich jetzt dran. Okay, zwei Felder vorwärts. Ein, zwei. Auf rot kann ich eine Karte ziehen. Die muss ich nicht aufdecken. Die kann ich noch da hinlegen. Okay. Der nächste ist dran. Profi-Würfelger. Eins. Okay. Läuft ja bei dir. Ja, ja. Ja, eine Karte. Das ist das Süchteste hier. So muss er sein. So, drei kannst du vorwärts gehen. Drei, zwei, drei. Das Spiel schon gleich zu Ende, ne? Okay. Na ja, dann kommt nicht mal dran. Dem Affen gebe ich es. Fünf Felder vorwärts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das ist wie ein Kärtchen hier, würde ich sagen. Da sind auch keine Fässer am Start, ey. Ich trinke erst mal einen. Prost. Wo ist der Affenmann? Das ist ein Rost. Schön und schön an der. Und eine Vier. Und ein Affe. So, hier, der Affe muss hier oben drauf drücken. Der Affe muss was? Hier oben, nee, hier. Nein, das ist normal, weil nur ein Fass kommen. Ja, der kann zwei Fässer vertragen. Okay, dann kommen ja gleich welche. Ich kann vier Fässer ziehen. Ein, zwei. Das Fass bleibt erst mal da stehen. Drei, vier. Der hat ja nur diesen Fass da geworfen da. Okay. Du bist dran. Endlich geht's mal voran hier. Oi, oi, oi. Das Eile rückt einen vor und du darfst nochmal drauf drücken. Da war mein Fass. Hier, da. Den Arm. Das funktioniert. Und du kannst fünf Felder vor. Hast du schon? Weiter geht's. Das ist dran, ne. Okay. Ich kann fünf Felder vor. Und dann war's auch vor. Du hast ja gewürfelt, ja, ja, genau. Du musst überlegen, wo lang. Die wollen alle so schnell wie möglich nach oben, würde ich sagen. Aber mich hält mal ganz da hinten. Komm, bevor du verlierst, mach ich dir erstmal ein Bier aus. Ja, sehr gut. Gib mir mal den Shooter. Ey, ich doch. Ich mach dir auch mal eins auf hier. So, ein Glück. Ninja erschossen. Okay, ich würfel erstmal eine Runde. Okay, es geht los. So, ich hab hier noch einen Affenfass hier. Ja, gut. Ich kann's einfach hier vorne hinstellen. Alle Reihen nach vorne. Und zwei Felder kann ich vorwärts gehen. Eins, zwei. Nächste Karte hier. Verdeckt kann ich sie hinlegen. So, zünden wir jetzt mal ein Bierchen hier. Der Profi, wo? Und eine Sechs. Und ein Affe. Und ein Affe. Und ein Affe. Du kannst einfach, ja, du kannst eigentlich eins nur vorne dran stellen, ne? Du mal's rein, ja. Weiter. Du hast es kaputt gemacht. Kannst du ja hinterher. Pass auf, pass auf. Da ist es. So, ich kann durch. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Mhm. So wird's also gemacht. So, der nächste. Wollen wir mal sehen, was Herr Affe kann. Mhm, einiges. So, ach so, jetzt, ja. Sechs Felder muss ein Fass vor. Also alle Fässer, oder? Stimmt, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alle. Ja, das ist doch ganz gut. Ah, vielleicht. Ja. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Die Reihe kommt. Noch fünf. Die hab ich ja hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. So, los geht's hier. Oh. 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 Oh, der eins. Die Fässer muss einfach sechs Felder vor. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das hat ja genau gepasst, würde ich sagen. Also er muss dann drei an den Dingern ausspielen und springt wieder runter. Stimmt. Ja, ja, du musst springen, ja, ja. Was muss ich? Du musst springen über die vier Fässer. Die sind ja hier, du musst dir einmal was abgeben. Die gehen ja durch die durch. Ja, ja. Über Kontakt musst du eine Sprungkarte oder so. Hier ist doch das Ziel. Nee, nee, nee. Das ist... So, du hast drei Karten abgegeben. Aber die vierte... Du landest hier wieder unten. Was? Dir fehlt eine vierte Karte. Was? Ja, du springst ja nicht über die drüber, die gehen ja unter dir her. Du hast ja über mich drüber gesprungen. Nee, nee. Und unter drei konntest du drüber springen. Eins, zwei, drei, kein Problem. Dann kommt das vierte Fass. Guck mal, ich habe hier Karten. Ich nicht. Ich hätte... Ich hätte da rüber springen können. Und jetzt? Jetzt landest du hier unten wieder, mein Freund. Ja. Und das letzte Fass ist ja weg, weil er das ja dann quasi verbraucht hat. Ist ja an ihm kaputt gegangen. Was ist hier eigentlich los hier? Da wird Ladehemmung geöffnet. Kommt von hier. Habt ihr euch schon mal einen Zug gemacht? Mal eins? Hab ich noch nicht, oder? Wir müssen reparieren hier. Was ist denn hier los hier? Alles so grob und torig. Ich glaube, das muss ich mal in der Hand nehmen. Ich hab's doch hier. Ja. Ja, ja. Der Profi. Dein Fass ohne Boden. Repariert hier. Wer hier? Leichtigkeit hier. Kommt so der, die Roboter. Roboterarm. Gut. Donkey wieder dran. Du hast dich schon gefreut, dass die alle vorbeigefahren sind. Aber leider nein. Ich hab's nicht alle abgezogen. Scheiße. Wo ist hin? Hier, Roboterarm. Da ist es. Sonst ist das nicht mehr vollständig, ey. Das bringt in 300 Jahren kein Geld mehr ein, das Spiel sonst. So, okay. Gut. Bin ich dran, oder? Nee, ich hab noch gerade gehüffelt. Na ja, gut. Aber ich muss noch einen Zug machen. Ich hab eins hier. Ja, den hab ich da noch nicht gemacht, ja. Ja, nein. So. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Hier, zack. Wo ist denn der vierte Fass? Das ist gerne kaputt gegangen, weil er ist ja in ihm zerbrochen. Ist ja ganz klar. So, weiter geht's, würde ich sagen. Jetzt bin ich ja nicht mal dran. Ja, ja, ja. So. Muss ich jetzt erst die Fässer ziehen und dann? Ja. 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 Ziehen wir doch erst mal die Fässer. Ja. Zuerst die Fässer. Zack. Zuerst die Fässer. Dann werden die alle hier. Mhm. Ich müsste über eins rüber springen. Ja. Kärtchen zur Seite legen und dann gehe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Eine abgelegt, die muss ich ja auch verheben, ne? Habe ja 20 Punkte schon mal gesammelt. Jo. Nächstes dran hier. Los, Veggie. So. Zeig, was du kannst, yo, Bananenboy. Eins. Dann nehme ich mal. Okay, so ne Karte hier. Eine Karte. So, ja. Hast du? Und dann sind noch vier vorwärts. Die gehen vier vorwärts. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Zack. Da kommt eine ganze Reihe runter, ne? So. Ja, erst mal die Quisse. Eins, zwei, drei. So. Ja, wie es aussieht, bin ich ja am Gewinn. Wieso? Ich habe schon mal 200 Punkte. Du hast noch gar nichts. Ich werde mir die 500 Punkte schneiden. Ja, hier oben, ne? Hier oben geht es jetzt mal gleich voran. Ich bin dran. Du bist dran, Bananenboy. Oh. Bananenmann ist dran. Hat er die Karte? Achso, ja, bin ich ja dran. Ja, ja, ich bin schon dabei. Aha. Nimm das, Veggie-Mann. Mhm. So, drei Felder vor. Eins, zwei, drei. Dann nehme ich doch noch ein Kärtchen dabei. So. Okay. Du bist dran, Veggie-Boy. So. Mit drei und sechs. Sechs Dinger, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mhm. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fünf, sechs. Ja. Und ich habe drei. Also kann ich... Was? Eins, zwei. Nein. Doch. Doch. Du kannst zurückgehen, ja, ja. Wie gehst du zurück? Natürlich. Du bist ja ein Feigling. Haha. Ich bin strategisch. Hm. Noch mal fast. Hahaha. Hm. Und zwei Felder hier. Der hier, ne? Ja. Okay, ja. Los geht's. So. Drei Felder gehen die Fässer erstmal vor. Eins, zwei, drei. 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 Vier Felder kann ich vorwählen, ne? Drei. Drei. Ja. Drei. Vier. So. Alter, jetzt Veggie-Boy. Hm. Noch ein Fass hier. Hm. Guck drauf. Hm. Guck drauf. Hm. Und ich kann fünf Felder gehen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Du wirst so hoch oben. Fünf, oder? Hm. Eins drüber, ne? Ja, dann bist du halt hier in der Mitte. Okay, ja. Dann musst du einfach nur eins werfen, um hier reinzukommen, oder? Nein. So. Du bist dran. Wollen wir mal sehen. Ja, ich bin hier am Gewinnen hier. Wie immer. So. Fünf Dinger weiter hier, warte mal. Fünf? Erstmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack, die Dinger. Ja. Ja, das sind die Weißen. Die müssen zuerst wandern. Ja, die müssen zuerst wandern. Ja. Äh. Na dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sprungkarte von mir. Da war das fast ein weiter, ne? Und jetzt mach ich vier. Ja. Dann kannst du da irgendwie nach links gehen, oder so. Oder hier hin. Ja, dann musst du ja eine Sprungkarte einmelden. Dann musst du hier in die Richtung gehen, ne? Und wenn du jetzt nur eins würfelst? Mit dem Pfiffi? Na ja, dann könnte ich's vielleicht nach oben treiben. Aber er hat ja eine Sprungkarte. Er hat ja auch genug Garten. Na ja. Aber ich hab jetzt eh nicht noch runter, das ist doch. Sein Bleistand. Dann musst du ja zurück. So, ne. Ne Fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Gut. Das muss ja erstmal hier sein, ne? Vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Jetzt hab ich auch noch mal ne Fünf, ne? Richtig? Du hast ne Sechs. Du hast ne Sechs. Du hast ne Sechs. Ne Sechs. Dann, äh. Ich hab hier noch ein paar verdeckte Karten. Da hab ich noch ne Sprungkarte. Sehr gut. So. Ich spring hier rüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sprungkarte. Sprungkarte eingelöst. Ähm. Ähm. Ja. Noch eine aufdecken hier für die drei. So ein Hammer hier, ne? So, wenn jetzt ein Fass kommt, kommt der Hammer. So, ich bin dran. Du bist dran. Du bist dran. Dann geh doch auf die 500, würde ich sagen. Ich glaube, Kahn muss wieder die Sprungkarte einwässeln. Ja. Also ich hab hier die Sprungkarte ein und muss auch wieder zurück, glaube ich, oder? Vor oder zurück? Zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Okay. Na gut. So. Und der Weiße muss ja drei Felder vor, oder nicht? Du hast doch beide gewürfelt. Ah, der Weiße. So. Eins, zwei. Ich setz hier meine 400er Karte Hammern ein. Hammern. Das Fass ist weg. Das kommt hier wieder oben drauf. So. Und die anderen müssen ja auch irgendwie vier Felder vor, ne? Dreierze, ne? Mhm. Eins, zwei. Ist hier hinten gelandet. Einen Dingen. Eins, zwei, drei. Noch eins. Und das andere steht hier vor, ne? Also drei Felder. Und hier stehen jetzt zwei. Die gehen jetzt der Reiner. Die können auch Treppen hochgehen, hier die Dinger. Also wer die dann steuert, Maasi. Was sind das für Dinger? Das sind diese Feuerdinger. Wir sind doch hier oben. Ja, aber die jagen uns jetzt hoch, ne? Ja, ja. Okay. Die kann man nicht zerhämmern. Da geht man nur kaputt, wenn man nicht springen kann. So, ich bin gerade fertig. So. Ach, eins. Das geht ja vorwärts. So. Eins. Die anderen sechs Felder, ne? Die anderen sechs Felder, ne? Los geht's. So. Hier kommt alle raus. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Ja, letzter Hochfahren, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das geht ja immer trickier. So. Ja. Was muss ich machen? Was hast du gemacht? Hier, ne? Sechs gewühlt. Du musst erst mal sechs Felder vorgehen. Wohin auch immer. Du kannst vor und zurück gehen, ne? Ja, stehst du in der Mitte, ja? Und jetzt drei Felder die anderen Sachen. Die wandern runter. Zwei, drei. Und die kannst du quasi auch hier über diese Brücken steuern, ne? Ja, die lass mal ruhig da, ist mir scheißegal. Hier, der muss auch noch drei Felder vor. So. Okay. Gut. Dann will ich mal sagen. Und finishen wir das mal so langsam hier, hä? Ha, 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 ha. So. Erst mal so einen Affen rauslassen hier. Von Banana Joe. Und sechs kann ich vorgehen. Eins, zwei, drei, vier, sechs gewonnen. So. Nee, man muss schon mit der geraden Zahl gewinnen. Ja. Ah, sicher? So war das bei mir immer so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Muss ich halt da hingehen. So. Einen Fass, Schatz. Gut, ich nehme mal eine Hammerkarte mal wieder her. Zack. Ja, eigentlich brauchst du ja auch die. Hammer ich weg. Voll trotzdem drauf drücken. Ja, sehr gut. Da oben ist ja ja drin. Den führen alle. Ich zeige auch zwei Hammerkarten. Ein, zwei. Die anderen müssen noch hoch. Klar, du musst die noch hochsteuern hier. Das Feuer musst du noch irgendwie... Ja, in welche Richtung du willst, ne? Einen Schritt, oder? Nee, sechs. Ach so, nee, dann bleiben die ja so. Ah, ja, ja, ist das Spiel kompliziert. So. Ganz genau. Ich zünde mir das mal ein, hier. Auf diese komplizierte Weise. 4 und 4. Mhm. Dann nehme ich so eine Hammerkarte hier. Und dann bin ich, habe ich den kaputt gehauen. Gut. Das Problem macht mir ja eins. Du musst ja irgendwie rumgehen, ne? Vor uns auch kannst du gehen, ne? Vier. Du darfst nicht hin und zurück. Du darfst nur in eine Richtung. Was? Kannst runter gehen oder rauf, ne? Ja, man darf halt nur in einer Runde hin und zurück. Dann bleibe ich, mach das auch. Eins, zwei, drei, vier, mach ich das. Ja, genau. Und die sind vier. Geht zurück. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Na, dann geht mal her. So, jetzt zieht ihr eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne sechs. Wie wär's denn mit ne sechs? Verdammte vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann krieg ich mich so ne neue Karte. Sehr gut. Ein Jumpy Sprung. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Was war's mit den Fässern, ne? Okay. Ne, ich sei es dran. Eins und vier. Hm. Dann geh mal da ein Strittchen. Hm. Und die kommen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier. Na also, das ist wieder ein Fässchen. Hm. Ja, war es schon, oder? Ja, das war es schon. So, was wollte ich jetzt hier? Das für dich. 1, 2, 3, 4. 4. Na los, Leute. Gewonimo. Macht's gut, ihr Idiot. 1, 2, 3, 4. Das sieht aber an. Ja, hier habe ich gestanden. Ich habe eine Karte gekriegt. So, und jetzt müssen wir unsere... Also ich habe jetzt erstmal diese 500 extra Punkte, weil ich wieder Girl gerettet habe, organisiert. Ich hab's gut gemähen mit den Bananen. Jetzt können wir hier nochmal zusammenzählen. Was habt ihr so? Ich habe 3.000 Punkte. 300, 400. Guck mal, so viele Fässer habe ich hier erledigt. Äh, gut. Ich habe diese Bananen. Ja. 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 Raus mit den Fässern hier. Vielleicht bringt das gar nicht so viel für die Firma, wenn wir das dann zocken. Naja, egal. Wir haben es ausprobiert. Und ich muss euch nochmal sagen, in der Anleitung steht, es war ein Tischler und kein Klempner. Also da muss MB wohl nochmal nachbessern. Bis bald, Freunde.